Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Heute ist der 15.12. und wir machen wieder ein Türchen zusammen auf. Wir starten mit dem Adventskalender von Steckenpferdchen. Und da haben wir heute gleich zwei Stempel drin. Also der Wahnsinn, zwei Stempel. Lass es krachen und hier zum Geburtstag. Also finde ich super schön. Auch hier dieses geschwungene und auch dieses Lass es krachen finde ich super. So einen Stempel habe ich auch noch nicht. Das finde ich echt praktisch. Und wie gesagt, hier noch zum Geburtstag. Ist einfach mal eine andere Variante von Geburtstagsstempeln, die ich so jetzt auch noch gar nicht habe. Also das schon mal sehr toll. Dann gehen wir zum Adventskalender von der lieben Katrin vom Kanal Nebelglück. Hier hat sie wieder so einen tollen Shaker gemacht. Schaut total schön aus. Auch die Aufmachung ist wieder sehr, sehr hübsch. Und da ist heute eine Schablone mit drinnen. Ein Stencil in A5. Chicken Wire, also Hühnerzaun. Hühnerdraht ist die Optik. Und dann schauen wir uns natürlich auch gleich wieder an, was sie mir dazu geschrieben hat. Also 15. Kreiere dein eigenes Designpapier oder versuch mal eine Mixed Media Leinwand. Ja, puh, Mixed Media ist gar nicht meins. Also das mache ich nicht. Und auch gerade so eine Leinwand, das finde ich immer echt, das ist nicht meins. Also ich mache Fotoalben, ich mache Karten. Aber ich werde dafür hier mein eigenes Designpapier kreieren oder einfach einen Kartenhintergrund mit dem Hühnerzaun gestalten. So, ich hoffe, du findest die Sachen genauso schön wie ich. Und wir sehen uns morgen wieder. Also tschüss!